Hallo und herzlich Willkommen. In diesem Video schauen wir uns die Funktionen der erweiterten Suche der Artikelverwaltung in JTL-Wawi an. Als erstes werden wir eine einfache Suchanfrage ausführen, um uns mit den Basisfunktionen der Suche vertraut zu machen. Danach legen wir eine Suchanfrage an, die wir regelmäßig brauchen werden. Damit wir uns die Suche nicht jedes Mal, wenn wir sie brauchen, aufs Neue konfigurieren müssen, legen wir uns eine Vorlage an, die wir auch für andere Benutzer der Wawi freigeben. Dann melden wir uns mit einem anderen Benutzer an der Wawi an und wenden diese Vorlage an. Als letztes schauen wir uns an, wie wir das Suchergebnis in eine CSV-Datei exportieren können. Einfache Suche Als erstes wollen wir eine einfache Suche durchführen. Wir haben mit der JTL-Ameise eine Lieferantendatei eingespielt. Dabei ist uns aufgefallen, dass manche Artikel keine ERN oder kein Gewicht gepflegt hatten. Diese Artikel wollen wir jetzt finden. Dafür klicken wir oben rechts in der erweiterten Suche auf Konfigurieren. Die meisten Reiter sind selbsterklärend. Wir wechseln hier zu Lieferanten und als erstes aktivieren wir den Filter. Erst wenn der Filter aktiv ist, können wir den gewünschten Lieferanten auswählen. Wichtig ist hier das markierte Dropdown. Falls wir mehrere Lieferanten auswählen, müssen wir hier genau festlegen, wie die Suche mit unserer Auswahl umgehen soll. Zum Beispiel muss für unsere aktuelle Suche jeder ausgewählte Lieferant den Artikeln zugewiesen sein. Wenn wie in unserem Fall nur ein Lieferant ausgewählt ist, spielt das keine Rolle. Diese Option finden wir übrigens in den meisten Filtern. Als nächstes wechseln wir zu den Artikeleigenschaften und aktivieren auch diesen Filter. Über das grüne Plus-Symbol können wir nun Eigenschaften, nach denen wir filtern möchten, hinzufügen. Wir klicken einmal darauf und können nun auf jedes Element der neu erschienenen Zeile klicken, um es nach unseren Anforderungen anzupassen. Wir möchten nicht nach einem Abnahmeintervall suchen, sondern nach leeren ERNs. Also wählen wir im Dropdown ERN aus. Wir suchen Artikel, deren ERN leer ist. Daher müssen wir hier ein Leerzeichen eingeben, damit der Filter weiß, wonach wir suchen. Außerdem wollen wir die Artikel finden, deren Gewicht nicht gepflegt wurde, also Null ist. Auch diese Anforderungen stellen wir im Filter ein. Wir fassen zusammen. Wir suchen die Artikel eines bestimmten Lieferanten, deren ERN leer ist und deren Gewicht Null ist. Wir klicken auf Übernehmen und uns werden genau diese betroffenen Artikel angezeigt. Ich möchte hier allerdings auf ein wichtiges Detail eingehen. Wir klicken nochmal auf Konfigurieren und klicken auf das rote UND in unserem angewendeten Filter. Das UND ist ein logischer Operator und aktuell werden uns nur die Artikel vom ausgewählten Lieferanten angezeigt, deren Gewicht Null und deren ERN leer ist, also auf die beides zutrifft. Wenn wir den Operator auf ORDER umstellen und den Filter anwenden, sehen wir, dass sich unser Suchergebnis um einen Artikel vergrößert hat. Jetzt werden uns alle Artikel vom ausgewählten Lieferanten angezeigt, deren Gewicht Null ist oder deren ERN leer ist und Artikel, auf die beides zutrifft. Jetzt wissen wir genau, welche Artikel wir nachpflegen müssen und unsere Suche ist beendet. Wiederkehrende Suche Als nächstes möchten wir eine Suche ausführen, die wir nicht einmalig, sondern in regelmäßigen Abständen brauchen. Dafür klicken wir oben wieder auf Konfigurieren und diesmal wechseln wir in den Reiter Vordefinierte Filter. Wir möchten nach Artikeln suchen, die wir auf Amazon anbieten. Also markieren wir den entsprechenden Eintrag. Wir suchen nach Angeboten, die wir nicht via FBA anbieten. Also wählen wir den Punkt darunter und klicken auf den blau markierten Eintrag und wählen Ist kein aus. Bisher werden uns also alle Artikel rausgesucht, die wir zwar auf Amazon, aber nicht via FBA anbieten. Wir gehen aber noch etwas weiter und möchten nach Verkäufen filtern. Daher markieren wir den entsprechenden Eintrag. Wir suchen uns alle Artikel raus, von denen wir in den letzten 30 Tagen mehr als 1000 verkauft haben. Das sind Artikel, die uns im Lager viel Arbeit bereiten und bei denen wir uns überlegen könnten, sie doch via FBA verschicken zu lassen. Wir klicken auf Übernehmen und sehen jetzt unsere Renner, die wir noch nicht via FBA versenden. Ich muss hier natürlich anmerken, dass diese Artikel eventuell auch über den Shop oder Ebay verkauft wurden. Ich sollte als Händler hier immer noch prüfen, wie gut die Artikel auf Amazon selbst laufen. Aber zumindest habe ich hier schon mal eine gute Liste, mit der ich anfangen kann. Suchvorlage anlegen. Da uns unsere Nicht-FBA-Renner regelmäßig interessieren, aber wir nicht jedes Mal die Suchanfrage neu bauen wollen, legen wir uns dafür eine Suchvorlage an. Wenn wir mit der erweiterten Suche ein Ergebnis haben, können wir neben den Button Konfigurieren auf den kleinen Pfeil klicken. Im jetzt geöffneten Dropdown wählen wir Als Vorlage speichern. Es öffnet sich wieder die erweiterte Suche, nur dass wir jetzt die Suche als Vorlage speichern können. Dafür vergeben wir als erstes einen sinnvollen Namen. Im Reiter Vordefinierte Filter kontrollieren wir, dass unsere Sucheinstellungen auch alle übernommen wurden. Wir möchten diesen Filter außerdem für andere Benutzer der WAVI freigeben. Dafür aktivieren wir die entsprechende Checkbox. Dann klicken wir auf Speichern. Wenn wir jetzt oben rechts das Dropdown öffnen, steht uns unsere neu angelegte Suchvorlage Nicht-FBA-Renner zur Verfügung und wir können sie bei Bedarf schnell ausführen. Suchvorlage mit anderem Benutzer verwenden. Wir hatten in unserer Suchvorlage ja die Checkbox Vorlage freigeben aktiviert. Schauen wir uns die Folgen näher an. Dafür melden wir uns mit einem anderen Benutzer in der WAVI an. In der Artikelverwaltung öffnen wir wieder das Dropdown oben rechts, um die Vorlage auszuwählen. Das war's schon. Es müssen also keine weiteren Schritte unternommen werden. Sobald eine Suchvorlage freigegeben wurde, steht sie allen Benutzern der WAVI zur Verfügung. Suchergebnis exportieren. Die erweiterte Suche ermöglicht uns, auch komplexere Suchanfragen regelmäßig mit wenigen Klicks auszuführen. Aber was dann? Oft stehen wir vor dem Problem, dass wir diese Daten in andere Tools übertragen wollen. Dafür hat die Artikelverwaltung eine Lösung. Wir machen einen Rechtsklick auf irgendeinen Spaltennamen, zum Beispiel Artikelnummer, und im jetzt geöffneten Kontextmenü wählen wir Exportieren. Mit einem Klick auf Speichern legen wir eine CSV-Datei im gewünschten Speicherort an. Wenn wir diese Datei zum Beispiel mit Excel öffnen, sehen wir, dass exakt die Spalten exportiert wurden, die wir in der WAVI eingeblendet haben. Diese Datei können wir jetzt beliebig weiterverarbeiten, um sie anschließend, zum Beispiel mit der Ameise, wieder einzuspielen. Dies war ein Videotutorial über die erweiterte Suche in der Artikelverwaltung von JTL WAVI und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.